Willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil 4. So und hier wollen wir jetzt hingehen zum See. Wir sind glaube ich da. Wir müssen jetzt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie dahin gehen falls. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Auch wenn ich eigentlich nicht hier runter will. Das ist jetzt schon der vierte Part, den ich am Stück aufnehme. Ich kann halt auch einfach nicht aufhören. Es macht so viel Spaß gerade. Es ist unglaublich. Lagosee. Ich höre sie doch. Ich bin so. Okay, die Granate war ne Verschwendung. Nehmen wir doch mal einen Bolzen. Wo ist noch einer? Der hat mich von hinten überrascht. Aha, hab ich nämlich gehört, dass da ne Schlange drin ist. Oh! Schnell, schnell, schnell! Oh! Okay, Pistolen, Muni. Also ich weiß nicht, von dem Bolzendingen weiß ich noch nicht, ob ich da so von überzeugt bin. Aber ich hab's auch noch nicht so viel benutzt. Küchenmesser, uh. Oh! Oh! Fuck! Oh mein Gott, der bringt mich um. Oh mein Gott, der hat einen Schubel gebratst. Shit. Zweiter Tod, oder? So. Du chillst mal. Chill mal deine Base. Komm her. Okay, wenn ich die mit Bolzen einschieße, ist es aber leichter Solarkampfangriffe zu machen. Von hinten kamen doch auch noch welche. Okay. 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 Alles im Griff. Ähm, hier war noch ne Schublade. Kann ich aber nichts mit herstellen. Okay. Okay. Alles unter Kontrolle. Junkie. Nein, der verwandelt sich. So. Jetzt auf jeden Fall gleich aufpassen, wenn die da drüben kommen. Eventuell benutze ich auch einfach die Pistole. Pistole. Beste Waffe. Langsam hab ich genug. Boah, wie ob ich daneben schieße. WTF? WTF? Fuck you. Okay, wo bin ich jetzt hier? Okay, jetzt haben wir erstmal wieder genug Pistolen-Munition Hier vorne komme ich nicht lang No Okay Oh nein Ich weiß wer das Ding benutzen soll Scheiße Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht Okay, Steinbruch und Fischfarm Da vorne kommt gleich eins Da ist noch ein Schatz Oh mein Gott, ich habe da gar keinen Bock drauf Habe ich noch ein bisschen chill Zeit, dass ich ein bisschen gucken kann Ich habe gar keinen Bock auf den Der kommt doch jetzt, oder? L-Gigante Oder kommt der noch nicht? Da ist das Medaillon Da ist schon wieder so ein komischer Schrein Ich kann den nicht aufmachen Händler? Diese lilane Fackelei ist doch eigentlich immer, dass da ein Händler ist, oder? Jo Ist ja geil. Geht die Tür auf? Nee. Doch. Da muss ich auch anscheinend gleich lang. So, was haben wir denn hier unten? Okay, ins Wasser kann ich nicht, das ist anscheinend zu tief. Ähm. Okay. Irgendwie sind hier sehr viele verschlossene Sachen, an die ich nicht drankomme. Aber ich habe doch auch keine Schlüssel gefunden. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Äh, so schön sich deine ungenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit extra Kohle einer... Obvious. Aha, kann ich dir an der Nase... Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Gut. Oh, sieh dich einer an. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Hahaha, ich wusste, du bist komm. Ähm... Kann ich da irgendwas kombinieren? Nein. Das heißt... Kann ich eigentlich verkaufen? Jetzt die Frage, verkaufe ich die? Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Komm, ich verkaufe den Bolzenwerfer. Der... Ich werde den nie wirklich benutzen. Ah, dafür lass ich einiges springen. TMP. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Nee, ich will keine neue Waffe aus. Könnt ihr das Leben retten? Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ich will das. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. So. Na dann, stirb mir da draus. Willkommen. Der Messer muss ich nicht reparieren, okay. Ähm, ich hab drei Laservisier. Kräuter sind ne feine Sache. Ach, zehn. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Hahaha, gehen wir da mal. Wusste doch, komm, jeder hat zer... Ähm... Kombinieren wir das damit. So. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Ja, mit dem Shot kann ich eigentlich nichts anfangen, oder? Okay, speichern wir. Ich hab eigentlich... Ich hab eigentlich gedacht, dass da hinten... What the fuck? Was ist das denn? Mit drei silbernen oder goldenen Jetons können sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Eine Regel, schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Aha. Okay. Wenn du dich einigermachen... Verspring, Parking, Kalipschen, du weißt schon. Egal, viel Spaß. 300 dafür. Okay, im Prinzip alles abschießen, außer... Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Drei, zwei, eins. Leg los. Oh. Der ging in die eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Hervorragender Schuss. Dachladen. Und das Spiel ist vorbei. The fuck? Okay, das muss ich nochmal machen. So, so. Fast besser als erwartet. Drei, zwei, eins. Leg los. Man hat mehr Zeit zu ziehen. Oh, traumhaft. Tut mir leid, was wir aufhören. Als ich gedacht habe. Hervorragender Schuss. Nachladen. So geht das. Oh, traumhaft. Genauso. So geht das. Oh mein Gott. Drei von sechs von diesen Totenkopfdingern. Verrass dich zu sehr auf eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne Munition. Drei, zwei, eins. Leg los. Fantastisch. Genauso. Oh, traumhaft. Nachladen. Ach, schade. Das Spiel ist vorbei. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Ich verstehe nicht, wo die anderen Totenkopfdinger sind. Los. Du bist ein Künstler, Partner. So geht das. Fantastisch. Nachladen. Genauso. Oh, traumhaft. So geht das. Einer. Einer hat gefehlt. Willst du mich verschaukeln, Partner? Ein perfekter Lauf. Manche der Scheiben sind, um, nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Okay. Wir probieren es nochmal. Zwei, eins. Leg los. Fantastisch. Genauso. Nachladen. So geht das. Ein Totenkopfdinger ist vor viel. Ich will jetzt nicht den ganzen Part hier Nutzen unterschießen. Probieren wir mal. Talismane können an jediger bliehen Schreibmaschine über Koffer anpassen gewechselt werden. Raketenwerfer sind 20% günstiger. Wow. Okay, jetzt müssen wir nochmal machen. Ich will wenigstens irgendeinen Talisman, der mir was bringt. Ach du Scheiße. Eins. Leg los. Doppelkill. Oh, traumhaft. Hervorragender Schuss. Fantastisch. Fantastisch. Ah, shit. Fantastisch. Den hätte ich auch doppelt abknallen können. Den hätte ich auch doppelt abknallen können. Eins. Leg los. Du bist ein Künstler-Punker. Ja. Doppelkill. Doppelkill. Nachladen. Sehr gut. Fantastisch. Fantastisch. okay es war anspruchsvoll ich will noch mal versuchen ob ich alle hinkriege ich habe eigentlich zeit so jetzt muss jeder schuss sitzen ich hätte es fast gehabt ja ist schon vorbei oh mein gott wie schlecht ich will das jetzt einmal schaffen 1 weg los hervorragender schuss genauso du bist ein künstler nachladen so geht das Die Zeichen stehen auf Kugelhaken. Fuck, hätte ich nicht nachladen dürfen. Aber war schon nicht schlecht. Können wir noch mal ein paar Talismaner rausholen. Vielleicht kriegen wir irgendwas Gutes mal. Magnum Munition, okay. Wow. Ja, werde ich irgendwann mal machen. Vielleicht machen wir da mal so ein extra Video von, wo ich nur da im Schießstand bin. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So. Genau, da oben muss ich lang. Total aus dem Konzept gebracht jetzt der Schießstand. So, eins, zwei, drei. Ach, hier kann ich Luki-Luki machen. Ja, da ist ein Haus. So, da haben wir noch so. Ach, da unten ist ein Bötchen. Da haben wir noch ein Haus. Ah, ne fucking Burg. So, was machen die da? Das ist der Polizist? Scheiße. Oder ein Polizist. Oder ein Polizist. Ja. Cool. Ich geh da mal wieder. Die Tochter vom Präsidenten schafft das schon alleine. Ich hoffe, wenn Hannigan anruft, dass ich sie jetzt mal wieder höre. Das Boots Benzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Betreibungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Denn ich hab zwischen den Aufnahmen einfach mal alles neu gestartet. Vielleicht hört man sie jetzt wieder, wenn sie redet. Ich... Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. What the fuck? Shit. Verdammt nochmal. Äh... Ja. Verdammt nochmal. Oh mein fucking Gott. Alter. Hol doch die Waffe raus. Scheiße. Panik, Panik. Boah, ich hab doch noch irgendwas gehört. Oh. Nein, sie... Yes. Kann ich das auch abschließen? Oh, muss ich jetzt da durchs Wasser? Bist du nicht. Okay, hier komm ich anscheinend wieder zurück. Hier sind noch zwei und da ist noch... Okay. Okay, hier in dem Gebiet sind auf jeden Fall noch zwei... Junge. Boah, ich schieße halt auch so scheiße. Oh mein Gott, ich höre doch schon wieder irgendwelche Viecher kommen. Oh mein Gott. Ich habe ihn mit dem Weg geholfen. Okay, alle tot. Alle tot. Ne, irgendeinen habe ich noch gehört. Ich weiß zwar nicht wo, aber ihr... Okay, jetzt sind alle tot. Hoffe ich. Okay, wo muss ich lang? Wie komme ich hier weg? Okay. Au. Kann ich... Ne, ich kann keine Munition herstellen. Jetzt. Antike Pfeife. So, da hinten in die Richtung irgendwo müsste das blaue Ding sein. Hinter mir müsste das sein. Okay, muss ich gleich mal von unten gucken. Oh, wenn ich da reinspringe, passiert doch wieder irgendwas. Da ist es. Habe ich noch. Wir haben noch ein Ei, was wir essen können. So, die nehmen wir auch mit. Okay, das sieht so aus, als würde ich hier hin müssen. Ich will mich aber noch mal umgucken. Ein kleiner Schlüssel. Vielleicht finde ich irgendwo noch Munition. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten gleich. Da hinten lebt noch einer. Oh. Da wäre ich fast reingerannt. Hopp. Ey, fickt euch mal. Ja, wie kann der noch leben? Alter. Ist nicht euer Ernst. So, ich würde gerne das Fass da unten noch mitnehmen. Okay. Boah, ich habe die ganze Zeit so ein Kettensägen-Geräusch im Ohr. Ich warte nur darauf, dass der nächste Kettensägen... Ich weiß, im alten Spiel, im Original, gab es auch so Kettensägen-Frauen. Die kamen immer im Doppelpack. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn das das erste Mal passiert. Na, das ist doch schon mal was. Jetzt weg hier. Irgendwas kommt doch jetzt noch. Irgendwas kommt doch jetzt noch. Also, wenn ich nicht mehr so zurücklaufen kann. Ich kann anscheinend einfach so zurücklaufen. Okay. Okay. Hey. Von mir aus. Eins fehlt mir noch. Eins fehlt noch. Flinten-Munition. Ne, ich will noch nicht zum Boot gehen. Ist hier nicht noch irgendwas, was ich erkunden kann? Ja, Steinsockel. Aber mir fehlt da noch was. Boah, das heißt, wir müssen jetzt dieses Fischmonster bekämpfen, ne? Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt mal eben zurück zum Händler. Der ist doch da oben direkt. Dann verkaufen wir die letzte Schlange. Schließen damit den Auftrag ab. Warte mal. Blaue Medaillon. Da. So. Letztes. Dann können wir den Auftrag abgeben. Dann können wir das mit den Schlangen abgeben. Dann können wir nochmal speichern. Und dann machen wir den Fisch im nächsten Part. Ich brauche seelische Vorbereitung dafür. Wie viele Aufträge haben wir eigentlich jetzt noch? Äh, Aufträge. Ja, eine müssen wir noch verkaufen. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Wofür kann ich dich begeistern? Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. So. Gewehrmunition brauche ich nicht. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Jetzt habe ich acht. Oh, probiere ich nicht. Ob Rubino nicht schlecht. Haha, alle Achtung. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Jetzt habe ich acht. Kann ich irgendwas noch tunen? Okay. Dann speicher ich jetzt. Ah, jetzt hier kann ich Koffer anpassen. Da müssen wir nichts von ausrüsten. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für den Part. Im nächsten Part gehen wir dann da mal runter. Und wir kämpfen, denke ich mal, dann gegen den Fisch. Weil was soll sonst da kommen? Ja, schaltet im nächsten Part auf jeden Fall mit ein. Wenn ihr sehen wollt, wie ich von diesem riesen Monsterfisch gefressen werde. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich sag mal, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.